da ein ballern ja gut okay ich mach ihm grad halten damit ja ich muss kurz holen geht sie ist ja dem sein leben das geht grad ziemlich schnell runter ich muss munition holen muss wieder beleben da ist ein exploder wo raketenwerfer moni ihr arschköpfe der raketenwerfer trifft nicht da mach ich ganz mit schaden mit wo ist denn der wie wo ist der wo ist der bunker der fliegt hier gerade rum der fliegt immer wieder weg ich mache als ich mache halt mit der mit der schotze slack schaden deswegen war leichter dem richtigen rein du machst du von vorne startet der klar ja ich bleibe mal seite macht eben kein schaden also aber jet loader was das denn wenn sie jetzt machen machen wir keinen schaden oder wie doch was ich schon starten schaden müssen vor direkt vor vorn drauf halten von unten auf der seite was du kannst ja ich sehe grad 1200 und so was drei mal ja aber das wort drauf heißt genau das ist gut so wie du machst du merkst ja wenn du falls drauf hast du überhaupt kein schaden mehr ein hotloader ja komm 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 mit dem shitty ah da hinten ist einer schon kaputt? nice nein sind sie nicht doch der hat ach so hat er die ist nach booker dran ja aber der hat die eingefahren oder so der ist grad weg geflogen ach so der hat ach so da kommt er wieder alter aber aufs große geschütz drauf ja ich versuch's ne ist nicht grad die schnellste die meine meine monine aber den komischen geraden hier deine krungen muss mich übrigens nicht dauern wir überlegen ich sag's dir dann schon ok was? muss mich nicht dauern wir überlegen ich sag's dir dann schon da ist einer oh jetzt musst du mich überlegen aber das große geschütz drauf halten und auf die auto außen dringend auf die auto geschütze oh jetzt ungeil aus fett was? ich hab keinen sniper mann nicht mehr ich seh den nicht da hinten wow exploder oh mein gott äh es ist scheiße oder? ich hab keine money mehr ich muss schnell holen gehen ja ich kann keinen killen gerade fuck ich bin zu weit weg ja kein ding äh iron loader war da und da hat die anderen beschützt ich jogg schnell ne runde ja ich auch ich bin grad tot werfen die bitte keine sniper money ab ich hab die sniper money ich hab die sniper money ich bin kurz unten munition kaufen ich komm von da unten gerade ich komm von da unten gerade ja weil die droppen keine sniper keine raketenrefer money mehr die dose kanone lädt sich auf soll ich lieber snipern oder lieber mit der schrotze weiter ist mir egal eigentlich dann baller ich einfach drauf dann baller ich einfach drauf und schütze draußen ja und ich hast dir jetzt auch gerade merkt ihr smg macht keinen schaden gegen das teil ich hab keine ahnung ob ich grad irgendwie ansatzweise schaden mache die monsterwaffe lädt sich auf vorsicht ist hier irgendwo ein gegner da ist ein ein hotloader also ich mach schaden das weiß ich ein paar bots töten siehst du mit der mit der raketenwerfer oder ja raketenwerfer test dich auch mal alter da war megamäßig der laute sound lad nach du sau ich treffe halt fast gar nicht mit dem ding ne warum nicht weil der sich bewegt aber treffst du damit nicht weil der sich bewegt oh ich bin fast tot ich treffe mit der raketenwerfer money nicht so gut weil der sich halt dauernd hin und her bewegt er trifft mit der schrotzinnig oder was mit der raketenwerfer money die die steht erst direkt vor dir steht kein stück vor mir hau rauf alter sorry no danke ui ui ich seh nix und schau alles durchladen wieder wie schnell schießt denn deine raketenwerfer dass du den triffst so schnell ich hab ein skill der meine proaktivgeschwindigkeit erhöht ja gut ich nicht ey fliegen die mega langsam hin ich nicht ey fliegen die mega langsam hin boah das gar nicht wenn ich mit dem slipper aufwader gut jetzt treffe ich wieder daneben ja da hat nicht mehr viel ich hab schon lange ich hab schon mich nicht mehr ich hab schon mal einen raketenwerfer mange mehr ich hab schon mal eine raketenwerfer month mehr der fliegt wieder in der gegend rum alter kurz ein bull oder töten da weg jetzt wird er down gehen jetzt weg jetzt weg haben gekillt und bin gestorben mann die mann die cash cash bei lud die sau und die radio ich erst mal looten einmal um drum laufen und bluten 99 iridium habe ich 100 video aber alles einsammeln danach gucken wir okay was sagst du rumrennen und e drücken ja mir ist das ex alter da liegt schon wieder loot zwei skil punkte zu verteidigen da ist noch ein gegner der macher kalt hat ausgetroppt da liegt schon wieder was da bleiben wir stehen das irgendwie kommt die ganze drop aus stein verteilen hier ist unser loot kurz mal gucken was habe ich hier schockern 222 x 10 ja würde ich nehmen ja frau es warte ich lass kurz mein art meine meter durch ok und dann schaust du das durch und dann schaust du das durch und dann gibt es mir auch das zeug was ich dann hätte ach da liegt ja raketen wir auf was 7300 ja kannst du behalten oder willst du den nicht doch den nehme ich gerade ganzer klassen mod hat für einen habe ich gerade fallen gelassen wow oh eins für die schilde ok bin für leer warte ich guck mal was habe ich denn gekriegt ich habe gar keinen sniper gekriegt du musstest halt bekommen wir haben gerade eben gesehen getroppt ah doch da 698 990 wirf mal raus ich sage euch weniger gut ist nach allem schlechter als meine kannst du haben wenn du willst ja nimm ich auch äh julian ja hast du den wieder aufgenommen ich weiß gib jetzt zurück der zieht 100 mehr als meiner ach so wollt ich verkaufen kannst du den dir verkaufen ok warte ja welchen jetzt so läuft ne alles klar war irgendwie doch party ne weißt du wenn du mein kraft irgendwann mal eisen brauchst dann spielst du hier einfach kurz mal das durch dann hast du wieder was ist vergiss nicht munition aufzufüllen aber das könnte doch schief gehen ja hat fast keine munition ist ein bisschen nervig nicht die braucht die braucht zwei pro schuss alter ne ja ne 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 ach fuck falsch war fast lustet Sniper Rifle Schaden plus 15,8% Und erhöht Schaden, der von einer bestimmten Waffenart verursacht wird Weißt du, warum ich nach dem Ausdruck ne Männerstimme hab? Warum? Wir haben ne Stimmmodulator von Check noch drinne Willst du den? Sniper Rifle Schaden plus 15,8% Ja, gib mir her Aber wir öffnen die Richtung, weil die geht runter, kann runterfallen Gut, können wir? Ich lade mal alles nach, noch so langsam Ja, ich lade auch kurz nach Einfach damit halt, dann kannst du nochmal einkaufen danach Oh ja Kleinen Moment Wir können los Ja, wir können los Das ist so einer der Bosse, die richtig viel Spaß machen, wenn sie zu legen Kommst du mit? Nico, wohin rennst du? Komm zurück Noch live Lalalalalala Lalalalalala Ja, mach halt Achso Bis der fertig ist, lese ich mir nur kurz was durch Hallo Sexi Willst du Passwort eingeben? Das Passwort lautet Ich liebe dich Ich hoffe, dass der Stimmmodulator funktioniert, sonst war das alles umsonst Ich liebe dich Zugang gesehen Nimm es als eine letzte Warnung Nein, nimm es als meine letzte Warnung Hier oben Und ich verspreche dir Was kurz Ein Schwer Einen Schritt weiter Nico, kommst du ran? Achso, ja, hä? Achso, ja, ich hab gerade eben die Skills durchgelesen Ich glaube, das kann ich jetzt nochmal weitermachen Schüsse, abbringzeit, Gansürken, maximal Gesundheit ist Schaden Man braucht einen Katalysator Etwas, das seine Kraft erweckt Man braucht Eine Sirene Jack hat sich seinen Sirenen-Katalysator vor langer Zeit gesichert Er versteckte sich jahrelang vor der ganzen Welt Aber endlich kannst du sie befreien Warte, 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 warte Eine Sirene, vollgepumpt mit Iridium Will ich die wirklich befreien? Dega, wie lange ist denn der Tunnel? Ich gucke mal vor, wenn der fotzt an der Mutter Schau mal nach oben, wie breit das Ding ist Da kannst du lang genug reinlutzen, was? Stößt du zu mir? Nicht ausschalten